Leute, KI ist überall und da ich mich in letzter Zeit wieder etwas vermehrt mit Spieleentwicklung beschäftigt habe, bin ich auf eine Bibliothek in der Unreal Engine gestoßen, die GPT-3 bzw. jetzt GPT-4 nutzt. Und da wusste ich, KI wird richtig groß in der Spieleentwicklung mit potenziell einem der größten Game Changer. Vor kurzem kam auch Unreal Engine 5.2 raus, dazu seht ihr aber nachher noch einen kurzen Ausschnitt. Meine Vorhersage schon jetzt dazu, bald ist KI in nahezu jedem größeren Spiel irgendwie enthalten. Also, welche Projekte lohnen sich also zu beobachten und welche könnt ihr sogar schon heute zum Game Development selbst einsetzen? Das erfahrt ihr jetzt. Ah, und bevor wir anfangen, ich erwähne in diesem Video einige Projekte und auch Marken. Das Video ist nicht gesponsert von irgendjemandem davon. Das sind einfach nur die Projekte, die ich gerade als spannend empfinde, wenn es um dieses Thema geht. Die, die ihr verfolgt, könnt ihr sehr gerne kommentieren. Allerdings, bei mir sind Links einfach grundsätzlich gesperrt, deswegen keine Links dazu packen, sondern umschreibt es ein bisschen. Wenn ihr allerdings mehr über Spielentwicklung lernen wollt, es gibt einen kompletten Kurs zu Unreal Engine 4 noch und wenn ihr Interesse habt, mache ich auch einen zur Fünfer, komplett gratis auf meiner Academy. Ihr findet ihn unter Game Development und wenn ihr wollt, könnt ihr mir ja Nachweise schicken und selbst mal ein Webinar halten, in einem der vielzähligen Fächer auf der Academy. Bald kommen auch noch Quizzes und Aufgaben dazu, das planen wir eigentlich in den nächsten paar Wochen, also bleibt auf jeden Fall gespannt. Ich denke, der offensichtlichste Punkt sind Grafiken. Manche von euch wissen, dass ich ein Instagram Experiment gestartet habe, wo ich KI-basierte Kunst erstelle, um auf die Möglichkeiten, aber auch die Probleme aufmerksam machen möchte. Und mir macht das mittlerweile echt Spaß. Jetzt kann ich mit Bildern natürlich relativ wenig anfangen, auch wenn sie noch so gut sind. Wenn ich nicht ein buchstäbliches Wandbild brauche, bringt mir das in meinem Game an sich nicht viel. Viel nützlicher ist aber das hier. Ich habe es auch geschafft, Texturen zu erstellen. Texturen sind die Dinger, die beispielsweise auf ein Dach geklatscht werden oder aus eurem Boden in einem Spiel ein tatsächliches Feld machen. Diese hier habe ich mit Hilfe von Mid Journey erstellt. Mid Journey ist leider kostenpflichtig und ehrlich gesagt auch nicht darauf optimiert, aber trotzdem hat das granios funktioniert. Und wie gesagt, es gibt Doll-E, es gibt Bing, es gibt Stable Diffusion, es gibt wahnsinnig viele mittlerweile. Das sind wahrscheinlich nur die größten gerade. Klar, braucht man aber trotzdem ein bisschen Editing, aber aus diesem Originalbild, das so aussieht, eine solche Textur zu bauen, das ist schon beeindruckend. Es gibt aber auch schon Projekte, die sich wirklich speziell damit befassen. Deep Image möchte beispielsweise alte Texturen aus Spielen nutzen und sie hochskalieren, das heißt Auflösung und Detailgrad erhöhen. Ich denke und hoffe, dass das ein Trend ist und auch solche Sachen wie Bump Maps oder Normal Maps mit KI bald erstellt werden können. Nicht zu vernachlässigen ist aber auch der Aufwand oder die Kosten für die Erstellung von Sounds. Selbstverständlich gibt es sowas wie Buch-Soundpacks mit 300 Sounds für 23 Euro oder ganze Abo-Websites, aber es ist schon sehr angenehm, wenn man das vielleicht an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Zwei Projekte, die ich hier verfolge, sind N-Synths, das speziell auf 300.000 Instrumenten trainiert wurde und dadurch auch spannende Instrumentenkombinationen wie Bassflöten möglich macht. Aber auch sowas wie AI Music Studio, das neue Sounds erstellt, basierend auf euren Eingaben. Auch Musikerstellung wird immer realistischer. Ihr erinnert euch vielleicht. Ähm, ja. Ein KI-Projekt, das ich hier speziell verfolge, ist zum Beispiel Mubert, aber natürlich gibt es da auch einige. Noch viel spannender ist doch aber, können 3D-Objekte mit KI erstellt werden? Kann ein Stuhl, den wir am Ende in unseren Spielen platzieren können, mit KI erstellt werden? Die Antwort ist natürlich, ja. Die Projekte befinden sich noch sehr am Anfang, aber es gibt sie. Nextech 3D hat einige Patente eingereicht, um aus Bildern, die ja 2D sind, dreidimensionale Objekte zu bauen. So, und jetzt Obacht. Wir können 2D-Bilder ziemlich akkurat und teilweise fotorealistisch mit Journey bauen. Und wir haben eine KI, die einzelne 3D-Objekte aus Bildern baut. Ja, dann können wir quasi alles bauen, oder? Oh, und Nvidia hat mit Get3D ebenfalls genau das gebaut und sogar offengelegt, wie das funktioniert. Aus Bildern werden 3D-Modelle, die möglichst echt aussehen sollen. Wenn ihr Details wollt, sagt da gerne Bescheid. Das Video hier soll euch eher einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen geben. Aber warum den Umweg über Bilder gehen, dachte sich OpenAI, die Macher von ChatGPT und arbeiten deshalb an PointE. Zugegeben sehen die anderen KIs schon besser aus, aber entscheidet selbst. PointE braucht nur eine Texteingabe und baut euch darauf basierend 3D-Objekte. Und ja, ihr könnt genau dieses neuronale Netz auch schon ausprobieren. Es ist auf GitHub und kann via Python ausgeführt werden. Klar, diese 3D-Objekte sind am Ende allesamt nicht perfekt, aber sie sind ein solider Startpunkt für die Forschung, um darauf aufzubauen und bessere Modelle zu bauen. Aber auch Designer können glaube ich schon jetzt etwas damit anfangen und diese Modelle beispielsweise in Blender laden und weiter editieren. Auch für Animationen gibt es Projekte. Mixamo verkauft einfach fertige Modelle, nutzt aber ihre Animationen für mehrere Characters und ich glaube sie nutzen KI-Systeme, um die dafür anzupassen. DeepMotion baut direkt für die Charaktere Animationen, die sogar teilweise noch natürlicher aussehen. Wobei das bei manchen Games nicht so schwer ist. Das beeindruckendste allerdings, was es wohl zu sehen gibt bislang, ist wohl die Unreal Engine, die selbst eine Spiele-Engine ist. Vielleicht kennt ihr sie. Mit der Unreal Engine 5.2 kam prozeduraler Content dazu. Und ich lasse euch hier einfach mal kurz genießen, was hier möglich ist. Ist das nicht wunderschön? Und fast alles ist prozedural generiert. Also automatisch erstellter Content, der sich selbst in die Landschaft einfügt. Man hat am Anfang ein paar Areale fertig designt und der Rest kann von einer KI basierend auf dem, was wir schon haben, einfach erweitert werden. Es geht aber noch weiter. Thema Programmierung. Aber lasst uns das speziell relativ kurz halten. Ihr wisst, ich habe bereits ein Video zum Thema Programmierung mit Chat-GPT gemacht und alle meine Tipps findet ihr in einem separaten Video. Kurz gesagt, die Programmierarbeit kann hier ziemlich vereinfacht, aber auch verbessert werden. Erwähnen möchte ich hier aber speziell Project Atlas von EA, das ihre Frostbite Engine nahtlos ersetzen soll, aber speziell für Cloud Gaming und KI-Systeme optimiert wurde. Mehr sagen sie leider nicht dazu. Ich fasse noch mal kurz hier zusammen, was wir in unseren bisherigen Videos zu GPT-3 und Large Language Models erarbeitet haben. KI beendet eure Sätze oder Paragrafen. Wenn ich also anfange und sage, Werter Wanderer, was führt euch zu diesem verlassenen Ort? Und ihr tatsächlich per Mikrofon antwortet, Ach, werter Zauberer, ich war so frei und wollte die Magie lernen, die ihr schon seit Jahrhunderten den verlorenen Seelen dieser Welt lehrt. Kann es wirklich sein, dass euer Large Language Model sowas hier produziert? Ah, ein ehrgeiziges Unterfangen, junger Reisender. Die Magie ist ein mächtiges Werkzeug, aber sie birgt auch Gefahren. Seid ihr bereit, die Verantwortung und die Last, die damit einhergeht, auf euch zu nehmen? Sehr wohl, mein Meister. Was ist meine erste Aufgabe, um eure Weisheit zu verstehen? Eure erste Aufgabe besteht darin, die Grundlagen der Magie zu erlernen und zu verstehen. Ihr müsst die vier grundlegenden Elemente studieren. Feuer, Wasser, Erde und Luft. Beginnt damit, jedes Element in seiner Essenz zu begreifen und lernt, wie man sie kontrolliert und manipuliert. Erst wenn ihr diese Fähigkeiten erworben habt, könnt ihr in die Tiefen der Magie eintauchen. Das, was ihr gerade gesehen habt, war tatsächlich ein echter Dialog, den ich mit ChatGPT geführt habe. Nur den Anfang habe ich vorgegeben. Mittels dem Projekt Whisper kann man dann zusätzlich auch noch die Sprache vom Spieler, übrigens das Projekt benutze ich auch für dieses Video hier, um die Untertitel zu generieren, könnt ihr die Stimme des Spielers in Text übersetzen. Und mittels Text-to-Speech, das noch ein bisschen am Ausreifen ist, könnt ihr die Stimme vertonen. Hier ein Beispiel, wie Steve Jobs klingt, wenn man seine Stimme mit KI trainiert. Ja, mein Meister, einen Like diesem Video ich geben werde. Geht bislang aber leider nur auf Englisch. Mein Punkt ist, wie geil wäre das? Das wäre eine richtige Unterhaltung und das wird vermutlich bald möglich sein. Da geht die Immersion in Spielen komplett steil. Und selbst rein Text basiert, wäre das eine immense Chance, die wir wahrscheinlich bald real sehen werden. Natürlich können wir die KI aber auch für Storytelling nutzen. Auch hier, ich nutze ChatGPT, um meine Videos, vor allem die Story-Videos, auf dem TheMorpheus-Kanal zu planen und zu durchdenken, damit der Spannungsbogen vernünftig liegt und man nicht irgendwo zwischendrin die Lust verlegt. Einzelne Questlines, die Glaubwürdigkeit des Universums und der gesamten Welt. Story-Lücken, bei dem kann euch ein Large Language Model tatsächlich helfen. Ich habe wirklich schon ein komplettes Pen & Paper Rollenspiel mit ChatGPT, damals noch 3.5 geschrieben. Das spielt in einer Psychiatrie. Die Grundidee und der Twist der Story kam von mir. Die Story, wie die Spieler da gelandet sind, kam von ChatGPT. Und mehr als ein Charakter wurde von ChatGPT definiert, also ein NPC, der quasi in dieser Welt vorkommt. Die Wesenszüge, was ihn ausmacht, seinen Tagesrhythmus, Pen & Paper ist übrigens ohnehin etwas, das ich jedem, der Storytelling und Game Design machen möchte, echt ans Herz legen kann. Lasst uns wieder etwas technischer werden. Was ist denn eigentlich mit euren Games? Die müssen ja auch irgendwie auf den PCs und den Konsolen dieser Welt laufen. Spiele wie Cyberpunk fressen richtig viele Ressourcen. Ein guter Trick, der sich hier echt etabliert hat, ist Nvidia's DLSS. Deep Learning Super Sampling. Ich hatte mir schon länger mal überlegt, dazu ein technisches Video zu den Details zu machen. Also wie das funktioniert. Wenn ihr daran Interesse habt, schreibt mir das bitte einmal ganz kurz. Ihr zockt damit in 4K, das Spiel wird aber nur in Full HD berechnet und dann mit KI hochskaliert auf 4K. Was sich dumm anhört, immerhin braucht so eine KI ja auch Leistung, funktioniert faszinierenderweise verdammt gut. Cyberpunk hatte fast die vierfache Leistung bei der dritten Version von DLSS. Portal RTX ging sogar auf 550% der Leistung hoch. Die Idee ist nicht neu und funktioniert selbstverständlich auch für Bilder. Und selbstverständlich hat auch AMD eine eigene Variante für ihre Grafikkarten. FidelityFX Super Resolution. Ihr seht hier im Hintergrund Videos dazu laufen. Ich persönlich muss sagen, tatsächlich hat die KI zumindest in früheren Versionen sogar noch besser ausgesehen als das Original. Aber vielleicht war das auch nur ein kleiner Bias meinerseits. Es wird wieder ein bisschen weicher. Lasst uns noch mal kurz die Charaktere und Stories Revue passieren lassen. Wenn unser Gespräch sich ändert, je nachdem wie wir mit den Charakteren interagieren, kann sich auch die Welt adaptiv anpassen. Hier kommt wie gesagt sowas wie ChatGPT oder auch einfach die OpenAI API ins Spiel, für die es beispielsweise ein Plugin wie HTTP GPT gibt. Wenn die Welt Kontext verarbeiten kann, dann kann sie auch auf eure Reaktionen als Spieler reagieren. Wenn ihr einfach den Zauberer abgestochen habt und diese Informationen manchen Charakteren wie der Frau des Zauberers übergeben werden, dann kann die natürlich einfach pisst auf euch sein. Das wäre eine logische Reaktion. So kann sich meines Erachtens eine Welt entwickeln, die wirklich lebt und interaktiv ist. Scripted ist dann ein Teil der Vergangenheit. Was viele beispielsweise unterschlagen ist, dass EA ebenfalls ziemlich stark bei OpenAI involviert ist. Und auch Ubisofts LaForge Projekt hat genau diese Sachen vor. Realistische und glaubhafte Charaktere sind wohl das große Ziel. Und auch was Gegner angeht, kann es spannend werden. Stellt euch Dark Souls vor. Manche sagen, die Bosse sind echt zu schwer. Andere sagen, nach dem zehnten Mal ist das Game irgendwie viel zu leicht geworden. Was wäre, wenn für einen Noob wie mich die Bosse ein sehr simples Verhaltensmuster hätten, während, wenn ich stärker werde, sie einfach immer neue Angriffsmuster nicht nur verfügbar hätten, sondern diese Angriffsmuster selbstständig entwickeln würden? Was, wenn sie plötzlich wirklich lernen, dass wenn sie euch ausweichen, sie stärkere Chancen haben oder wenn sie nicht immer demselben Muster folgen? Das würde für die Pros unter euch die Herausforderung jedes Mal wieder erschaffen. Aber klar, wir haben jetzt über enorme Vorteile gesprochen. Quasi alles, was zur Spielentwicklung genutzt wird, wird verbessert, automatisiert oder straight up revolutioniert. Und für uns Gamer kann das echt geil werden. Aber wir dürfen auch die Probleme nicht vergessen, die dadurch entstehen. Solche KI-Algorithmen sind unfassbar komplex. Eine Spielewelt, die sich realistisch verhält und verändert, darf nicht das Game kaputt machen. Wenn besagte Frau des Zauberers jetzt aber ein wichtiger Quest-NPC für die Hauptquest ist und sie aber partout keinen Bock mehr hat, mit euch zu sprechen, wird schwierig. Das ist ein unfassbar komplexes System und die Bugs und Fehler in Spielen können dadurch ins Unermessliche steigen und auch ins Untestbare. Auch die Kosten für die Spielentwicklung können dadurch zwar erstmal sinken, aber natürlich auch ebenso wieder ansteigen. Denn die Spielentwickler können quasi die Kontrolle über ihre eigene Welt verlieren und dadurch vielleicht das Spiel unspielbar machen. Ich erinnere mich noch an meine Zeit in Gothic 1, als mich irgendwie das komplette alte Lager töten wollte. Auch Systeme wie fortgeschrittene Gegner- oder werden von Spielern dafür Verhaltensweisen gesammelt. Das muss einfach passieren, die auch aber Informationen über ihre Persönlichkeit enthalten können. Wenn ich mich mit Ciri über den Sinn des Lebens hätte unterhalten können, hätte ich es vermutlich getan. Hier ist der Entwickler aka ihr natürlich in der Verantwortung damit gut umzugehen. Was sich in der Praxis bislang aber leider nicht immer so gezeigt hat. Während für manche Spiele die Aufgaben mehr werden und die Kosten steigen, kann gerade bei kleinen Titeln die Mentalität greifen, man hat ja eine KI, warum dann also noch einen Designer? Kosten reduzieren könnte für die Gaming-Industrie ein Faktor sein, der endlich faire Löhne ohne Crunches ermöglicht. Er könnte aber auch genutzt werden, um weniger Leute dieselbe Arbeit machen zu lassen. Zuletzt, seid bitte extrem vorsichtig mit urheberrechtlichen Fragen, denn hier wurde noch nicht alles abschließend geklärt und ihr wollt auf keinen Fall ein Spiel auf den Markt bringen oder gar ein Asset in einen Marketplace, der euch dann am Ende 20 Euro und eine Klage einbringt. Deswegen hier ein kleiner Verweis auf ein Video auf meinem anderen Kanal und die Bitte um Feedback. Das war eher ein Rundumschlag, weil einfach so viel passiert ist. Ich will aber nicht alles entweder in Shorts packen oder technisch zerhackstückeln und genau beleuchten. Aber ich könnte mir vorstellen, ein paar ausgewählte Projekte wirklich detailliert technisch zu beleuchten, wenn ihr mir sagt, dass das für euch spannend ist. Würdet ihr solche Videos gerne sehen? Bieten die euch einen Mehrwert? Vielleicht sogar gegenüber den Tutorials? Ich möchte ja auch mit diesem Kanal und natürlich der Bootstrap Academy den größten Mehrwert einfach bieten. Deswegen sagt mir da gerne einmal Bescheid. Liebe geht raus und bis zum nächsten Mal. Ciao!